Hallo! Hallo! Ihr Lieben ist der Maxi! Risiko! Mit dabei ist der Balooie, der Öli, der Kundran! Der Öli, Alter! Der Öli, Alter! Der Öli, Boy! Der Öli! Der spielt's noch wegen sein Haar! Ich nenn ihn auch immer Öl! Ehrlich! Öl! Öl! Öl, eh Boy! Öl, das tötet mich! Oh, hier ist Chaos böse! Ich glaub Chaos ist hier richtig Chaos! Oh Gott! Dann nimmt Danny aus! Dann nimmt Danny aus! Alle! Alle! Hast du gesoffen, Dalu? Ja! Okay! Oh, lol! Auf mich wird was... Könnt' ich mal ne Waffe! Ich glaub, das wird dann der Sau! Okay! Wer ruft den Lift und den knall ich ab, wenn ich unten bin! Oh Gott! Ich war noch nicht hier oben! Ich war noch nicht hier oben! Ich war fast ganz oben! Ich wollte grad aussteigen! Jetzt kannst du ja! Oh Gott! Du den Gebuldo! Moment, ich bin Breach! Ich bin Breach! Ich bin Breach! Ich bin Breach! Ich bin Bleach! Ich bin nicht Breach! Ich habe es verstopft! Ich bin Baloui! Ich, 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 ich... Ich würde erstmal was machen! Wo ist Baloui? Spaß mit Flaggen, Erli Bobo! Spaß mit Flaggen! Baloui! 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 Erli! Komm, ich nehm Erli noch mit! Ich werd zum Schneemann! Ich nehm Erli noch... Ich wollte Erli noch mitnehmen! Was? Aber ist es denn Erli? Das denn für ne Art und Weise? Einmal mit! Sollen wir jetzt Erli töten oder nicht? Das ist eigentlich ne zu gute Wartenweise! Wieso wollt ihr Erli töten? Back hier! Erli Mc Burley! Wo ist Erli, ist hinter dir? Und Loll! Baloui, nehm! Baloui, nehm! Baloui, nehm! Baloui, nehm! Baloui, nehm! Jede Baloui, nehm! Baloui, nehm! Das kostet euch aber jetzt ein Euro, äh... Hey, wer macht das nicht denn aus? Aber wir haben ihn nicht erfunden! Oh! Lebt der noch? Er schreit noch! Er muss noch leben! Ich seh nix! Ich seh nix! Ich springe anschein! Nein! Nein! Das ist nicht schlimm! Das war Flopper! Ich wollte nur nicht erschossen werden! Das war krimineller! Was ist das für ne Map, Alter? Da trinkt wer, der nicht trinken sollte! Kennst du da nicht? Im Turm! Erli! Erli! Wenn deine HP wieder grün ist... Ne, ist das nicht, aber... Au! Was? Was ist denn passiert? In der Luft! Erli kriegt in der Luft den Hedder! Darauf erstmal hier die Thunder Thicks, ja? Auf! Auf! Und davon! Oh nein! Baloui! Baloui! Oh mein Gott! Auf! Baloui! Loll! Bye bye! Versuch und ausgeführt ist der Unterschied! Ja! Aber es ist trotzdem beides böse! Was war mit Maru? Entschuldigung! Er hat versucht mit zu Baloui! Okay, dann... Wer ist denn noch übrig? Ja, Maru anscheinend! Nein! Ich hab' du versucht zu Baloui! Ja, du willst ja keinen töten! Dicken Bumerang über die Map! Er fragt einen unsichtbaren Wändler! Was wenn ich Baloui gebaloui habe? Wenn du Baloui baloui hat, das ist legitim! Hier siehst du! Ja, Baloui baloui! Maru! Das glaube ich nicht! Maru! Hey! Das darf man Baloui kaufen! Und warum? Wir knallen ihn ab! Es gibt doch schon ein paar Konferen vor allem! Und es gibt auch keinen Grund in den Konferen zu lassen! Na gut! Ja, äh... Wuii! Sind wir reingerollt? Alter, wie konntest du Maru entwischen lassen? Konntest du Maru entwischen lassen? Weil ich rollen kann! Haha! Ach so, dass wir runtergefallen! Ja... Also... Der ist einfach weg! Na ja, wo war der Teleporter? Dann gehen wir einfach hier hin! Wir brauchen wir doch in der Decke! Wir hier rein! Setzen uns hier in den Ecke! Ecke! Wollt ihr Teleporter? Ach da! Teleporter? Huch! Geschmäcker! Und teleportiert da nicht hin! Weiß ich nicht! Wer ist denn jetzt noch da? Da feiert er vor, als ich dachte! Das ist immer gut! Ah da oben bist du! Ja! Hi! Hi! Ich brauche den Trick! Ja natürlich habe ich Juli die Hagen! Juli, wo bist du? Oh shit! Ach hier ist nicht gut! Ach du machst dich selbst! Okay! Ja! Mach ich! Oh! Ah! Ich seh nicht trotzdem! Ich seh nicht trotzdem! Das ist nicht meiner! He! Waaah! Ich hab nichts mit! Tolle! Oh scheiße! Oh scheiße! Juli! Okay! Wirst du auch da unten? Okay! Nee! Sag mal! Ich bin jetzt schon wieder hin! Wer fährt denn da? Keine Chance! Die zweite Chance! Oh Gott! Oh Gott! So viel besser! So Maxi! So Maxi! Das bringe ich lieber in den Toben und ich habe einen von den Wobos! Nee! Das sag mal nicht hier! Mach mal nicht hier! Mach mal nicht hier! Okay! Okay! Das heißt ich im hyperaktiven Floh da! Ich komme hier nach oben! Warte! Hier mehr oben! Kannst du nicht? Hä? Doch! Jetzt haben wir runter! Achso! Strich noch mal nach oben! Und erli ist noch weiter unten! Ich weiß nicht was der macht! Nein! Keine Art. Weiß ich auch nicht! Ich war grad nix überlegen! Erli, du musst schon nach oben kommen! Ja ich komm! Okay! Das ist schön! Vielleicht tue ich mich auch noch selber durch Fallschaden in der Zwischenzeit! Ich weiß nie wieso! Oh hi! So! zeig her deine füßchen zeig her deine schuhe ja weil du mich abgestochen hast weil ich dich mit dem schneeball gekillt habe hättest du eigentlich gar nicht wiederbelebt werden als schneeball kann man nicht wiederbeleben der ist keine leiche da also ich werde trotzdem vendetta scheinbar ja vendetta hat was anderes du respawns ja achso dann bist du auf der echte leiche dann early du hast gebuldozer aus versehen ja dann sag mal seine fähigkeit schon mal verbraucht ja auch nicht mal ein einziges mal aber hey mich hinten am sport ist einer ich weiß nicht mehr ich habe keine ahnung schon tot das ist halt durch eigene war ja null dose ein schnulli ein dolly ist denn das war noch eh nur schade drum hallo hallo kennst du den geheimgang unten items welchen geheimgang und wo ist unten der keller hier ist normalerweise ein kleines teil wurde zerstört aber hinten am häuschen an dem haus oder tippeu drin ist echt und ran ja also in dem kleinen häuschen ja das der stadt außen an den gang hallo hallo das war das mir zeigen wir nicht sehr ehrlich komm das ist der eisige kristall von vielen kristallen hier wegen na scheiße ich weiß die werde seine kristall noch auf dem squared hat oben das war aber gefährlich und rausk Speicher und ob er nicht mehr schossen von demjenigen da also derjenige der meinen krisse zu schulern hat der schrotflinte das ist also items wurde eingeschossen von hinten hat es nicht mehr das war pain Nein. Der, der geschossen hat, war Pain. Ich hab keine Shotgun. Eine Schnurzgarne. Oh ne, es ist wirklich nicht Pain, der ist ganz dahinten. Aua, das hat weh getan. Da muss man in dem Haus bei dir gewesen sein, wo ich dachte, es war Pain. Es ist Items. Oh, Items sind richtig schnell. Ich warte kurz, bis Items Pain gekillt hat. Jetzt knall ich ihn ab. Hab ich? Hab ihn gekillt, Baloui. Nice, ne? Ja, ne, das war ich eigentlich. Ja, ja, du warst das. War ein guter Schuss. Ist auch okay, Baloui. In dem Haus ist auch ne Boom Buddy, sollte ich nicht konfirmen. Maxi ist böse. Wieso? Weil er sich nicht gewehrt hat, dass ich ihn überführt habe und den Boom Buddy gelegt hat. Ich hab mich nicht gewehrt, weil ich es nicht bin. Dann hättest du diskutiert. Warum soll ich denn diskutieren? Ja. Unabhängig davon hast du einen Boom Buddy in dem Haus hinterlassen. Wir müssen wissen, wo du bist, weil ich werde beschossen. Ich renne hinter dem Haus, wo mein Kristall zerstört wurde. Ich hab noch einen Trader gekillt, Baloui. Du hast noch einen Trader gekillt. Ich hab noch einen Trader gekillt. Ja, ja, da liegt er. Jetzt sind noch Maxi, dann hast du alle. Ja, der ist unten. Schau mich raus, damit du ihn töten kannst. Ja, los, ich töte ihn. Ja, wir müssen ihn sehen. Der ist da unten. Du musst ihn aufs offene Feld locken. Okay, komm mal aufs offene Feld. Maxi, du sollst aufs offene Feld kommen, hat Baloui gesagt. Maxi, komm mal ran, ich bin Dete, komm mal aufs offene Feld. Ich geb dir eine richtig gute Chance, wenn du jetzt keine Traderwaffe hast. Maxi, muss auch mitspielen. Komm Maxi, Baloui muss den Triple holen. Den Triple? Ja, zwei Trader hat er schon. Ganz schön böse. Was für eine Waffe hat der? Nein, die macht keine Geräusche. Aber sie ist nichts. Ah, wie? Er hat noch nicht geschossen, aber die sterben alle. Achso. Er hat dich als Waffe. Sag das doch gleich. Wir wissen, du. Warte da, du. Wir kriegen schade nicht, mich runterschossen. Ich mach zweimal Messer. Kann dir einen Flopper kaufen oder so. Nee, du musst mir nur sagen, wo er ist. Ich bin direkt unter euch. Wirklich? Also du bist schon unten? Also ganz unter dem Boden oder? Ich bin ziemlich weit auf dem Boden. Ich bin im Sporn. Okay. Ich bin nützlich. Mach weg! Baloui schnell! Jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Ich wollte nur helfen. Das macht doch. Orsin. Komm raus! Hör auf. Okay. Nein! Meine Geheimwaffe ist tot. Wo bist du? Hier. Baloui. Ja, ich bin Baloui. Ja, ich bin Baloui. Sollen wir einen Deal machen? Ja. Vielleicht. Du holst dir ganz in Ruhe Dalu Cards Leiche. Und du erlebst ihn wieder. Oder spielst Puppentheater mit dem? Nee, haben leider kein Defi. Ach, du hast gar keinen Defi. Gut. Nein, nein. Ich dachte jetzt, ich könnte dir helfen. Ist fair. Wäre schon hilfreich, wenn du stehen bleiben würdest. Okay. Jetzt. Warte. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Ja, nee. Das war ja das Deal. Nee, nee, nee. Also die Zeitvorgabe hier. Oh, jetzt hör doch mal auf, hier so wie ein Kaspern Theater im Kreis zu hüpfen. Hier. Du, 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 du. Guck da. Bleib hinten beim Turm. Das ist fair. Ich glaube, das was du machst, nicht ganz fair. Aua, aua. Fies. Fuck, da kann Leiter anlaufen. Alter, der Kill an mir war halt von Dalu. Baloui freut sich. Ui. Ja, und lass mich da mal freuen. Oder nicht an so einem Schießstand, wo man dann, wo irgendein Erwachsener hinter dem, oder neben dem Kind steht und alles schießt, was das Kind anzielt. Juli hat einfach mal nicht geschossen. Nee, Juli hat alles geschossen. Das war krass. Ja, ja. Du kannst doch nicht den Baloui attackieren. In die Füße so ein bisschen. Oh, gute Power. Gute Power. Nicht schoppen. Alter, wie war das aus? Ich hab mich geschoppt und muss kurz, ich hab mich ins Spiel eingetragen. Ja, ja. Ja, ich hab mich geschoppt. Ich hab Currysoße auf der Tasse. Genau, deswegen haben wir auch einmal stillgestanden und danach einmal geschossen. Was? Stillgestanden? Okay. Stillgestanden. Juli, pass auf. Finkt er dir. Ich bin blind. Nein, wir sind nur langsam. Der Böse ist dann? Nee, aber wir haben ja alles geschossen. Ich krieg Falschaden. Wer macht denn immer Chaos an? Der weiß wer tot ist. Der ist doch kein Fall. Alles gut. Ich glaub ich weiß wer tot ist. Ich glaub ich weiß wer tot ist. Ich hab doch nicht. Ich hab doch nicht. Ich bist du vorbei. Weil es ist gerade drin gestorben. Juli ist in den Teleporter reingerannt. Und ich dachte, wir sieht jetzt hier war keiner mehr. Ich hab mich gleich jetzt außerhalb der Mauer. Oh nein. Ich hab die Leiche. Und es ist Juli liegt oben in der Mittag. Ah, Juli hat sich irgendwie... Okay, moment, das war dann nicht falsch an. Moment, 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 Moment. Fallschaden. Da doch. Aber was heißt oben in der Mitte dann? Achso, auf dem, auf dem... Da wo ihr gekämpft habt gerade oben. Da wo ihr gekämpft habt. 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 Das ist faszinierend. Da hinter dem Haus hat er mit nem Messer gewesen. Er ist im Haus. Er muss in nem langen Haus drin sein. So Juli du schaust. In nem langen Haus. Ist grad einer reingesprungen, der hat ein Messer. Ich hab kein Messer gehabt. Juli du hast das. Ich hab grad nicht. Ich hab kein Messer gehabt. Ich hab grad die Dose aufgehoben. Ich hoffe. Juli du gehst nicht auf Reddit. Du hast alles mitbekommen. Und schreibst jetzt einen Namen an die Wand. Go Juli. Schreib den scheiß Namen an die Wand. Go Juli. Er schießt auf dich die ganze Zeit. Bis du dran geschrieben hast. Jetzt stell. Ja. Ja. Du dich noch. Such den mit dem Messer. Das ist ein. Daluca. Daluca hat das Traitor. Doch. Die. Sie wollte Detektiv. Oh. Double an der selben. Detektiv. Oh. Detektiv. Detektiv. Header. Aber Dalu ist es an dem Fall. Wo ist ein Knife an jemanden? Okay Dalu. Items wurde zweimal gekillt. Dalu ist am Gründen freigegeben. Zack. Sub gemacht. Äh Juli. Sub gemacht. Jawoll. Sub. Der Sub ist gemacht. Richtig Sub Juli. Dalu immer noch zum töten freigegeben. Hi. Hi. Early Boy. Tschüss Early Boy. Early Boy. Ach du bist bitte. Ah. Auf dem Mülleimern. Auf dem Mülleimern. Early is wonders. Wo willst du? Hey Juli. Hey. Wie geht das denn? Hallo Early. Early bitte nicht. Early. Ich bin verwirrt. Also jetzt ist alles mit. Und ran. Und ran auch. Early Boy. Und ran und da landet der Vogel. Und die Taube auch. Und Jacqueline auch. Und Jacqueline auch. Juli ist es nicht mehr so Suppi draußen. Warum gehst du? Okay du gehst. Oh. Schwach. Da ist die Verräterin. Das ist das. Das hat mich. Das. Das. Dalu warst du. Sidekick. Okay. Also wirst du dich mit dem Jester. Weil ich war schon lange tot. Nachdem du mich angeschlossen hast. Oder was? Ja ja ja. Ich wurde und getötet von. Ich muss aber anscheinend immer noch als Tee gezählt haben. Du warst doch Pushermo, ja. Das ist ein Fass. Nee, nee, ich war Sidekick. Aber warum warst du jetzt am Ende? Ja, ich war am Ende Sidekick, aber ich hab trotzdem gewonnen. Und jetzt stirbst du, weil du keine Waffe hast. Keine Ahnung warum. Passiert. Und Maxi hat auch keine Waffe. Also hab ich eigentlich gewonnen, weil ich hab dich zum Sidekick geschaffen und alle gekillt. Ich nehm dir ja noch. Ich bin die Waffe. Ich bin die Waffe. Early. Alter, behave so lange. Warum? Nice geshoppt, Earlyboy. Ich find's geil, dass Early immer Sachen einkauft, aber sie nie nutzt, Alter. Ich hab Early gekillt, ey, alles kam da raus. So ein ganzes Lager. Ja. Vielleicht ist das ein Schwabe so? Wollt ihr euch den Geheimnis zeigen auf der Map? Nein. Willst du die, willst du sehen? Ach, ja, bitte. Ich wollte ja hin-teleportieren, aber ich hab keinen teleportieren. Du hast ja den ganzen Abend noch damit. Nee. Aber nicht den großen Hasen. Nee, danke. Komm! Du bist schon weggegangen, Juli. Ja. Hier Juli für dich. Hier Juli für dich. Das ist bestimmt was gut. Das kannst du mich tun. Du kennst ihn auch nicht. Baloui, komm mit. Wohin? Ja, dann bist du richtig cool oder nur ansatzweise cool? Ich bin nur einerweise cool. Wenn du richtig cool bist, dann wartest du. Oh, shit. Kommst du runter? Ja. Ich schieße dich auch nicht ab, Baloui. Ich drehe dich auch wieder unten zu. Das ist aber nur für die richtig coolen. Hier rum? Du hörst dich auch schon. Oh, ist das gleiche? Nee. Hier dahinter der Wand ist ein böses Monster. Du hörst es. Du kannst du auch noch aufmachen. Ja. Fällt gut auch so. Ich mach's dir mal auf. Hier, guck mal. Das ist ein Early Boy. Hey! Um Gottes Willen ist das aber. Es ist frei. Es ist frei. Nee, auch nicht. Machst du es bleiben bei dir auf andere Leute? Nee. Ich ziele auf andere Leute. Kann er nicht einmal Terrass runter? Du wolltest eigentlich hier unten rein teleportieren. Oh, fuck. Ich bin unten drin. Baloui. Da kommt ein Monster. Boah, heu doch nicht so rum, ey. Da, du tötest mich. Da, du, da, du. Ich hab' ihn getötet. Oh, scheiße. Das ist peinlich. Moment, Dalou. Übrigens, Items ist der andere, ja. Ich glaub, Baloui ist Sidekick. Nein, Items ist der andere. Hey, ich hab' doch gerade Dalou getötet. Wird's mich verarren? Ja, richtig, Dalou. Ja, weil er nicht fassen konnte, dass Baloui so'n Schuss hätte. Aber Items, Items hat nämlich, Items und Dalou am Anfang gewonnen. Items hat's grade Eno getötet. Juli. Ich hab' Items getötet. Der Alou mir nicht zutraut, dass ich ihn töte. Das find' ich aber sehr traurig. Ich will das nur gesagt haben. Juli töte Juli Items, schnell! Okay, ich hab' sie. Hä? Doch, Items, ne? Doch, Items. Aber Items kann... Ach, nee. Es war Sidekick, aber er war wilder, vorher Tee. Ich glaube, wenn der... Ich glaub' der Sidekick kann momentan alleine nicht gewinnen. Der Sidekick muss extrem aggro spielen, wenn der Sidekick wird. Weil er eh nicht enemy ist. Der Sidekick... Ich hab' auch nicht damit gerechnet, dass Balou... Also ich hab' Balou in den Rücken geschossen, ja. Also ich hab' sich umgedreht und mich weggeballert. Äh, Nils gemacht. Da muss der Dalou auch. Es tut halt auch mal Zufälle, ja. Manchmal treffe ich euch aus Versehen. Ah. 3, 2, 1. Chaos. Das heißt, wenn jemand dran stirbt, erschießen. Das heißt, wenn Chaos jemanden umbringt, ist es Pain. Ja. Wenn Chaos jemanden umbringt, dann ist Pain zu töten. Also sobald einer durch Falschhand stirbt, töten wir Pain. Egal warum. Werd komm' ich eigentlich. Ich stell' mich jetzt oben an die Spitze. Zalu? Ja. Malol. Ich komm' ich jetzt wieder hoch. Ähm... Das ist noch zwei Spassen. Ähm... Ja... Maloui, das ist ein Exklusiv ist fast nicht wieder die ganze Zeit, ne? Okay. Oh Gott. Jetzt steht einer auf der Exklusiv ist ein Fass drauf. Ich weiß nicht, wer es ist. Wir sterben Menschen. Okay. Pain stand bereit zu dir auf einem Exklusiv ist ein Fass. Nein. Was? Das ist so ein kurzer Panikmoment jedes Mal, wenn... Wenn... Wenn Daniel hier unten runterfällt. Ich bin Swift, das wäre nicht schlimm. Ja, genau. Hey, Swift. Hey, was? Nein, bist du nicht? Hey, wieso nicht? Achso, du hast dich mit Swift an der Wand hochgebracht. Ja. Das sind zu viele da, du... Ah... Was hättest du denn sonst gedacht, was das war für ne Klasse? Was weiß ich? Oh my God. Float? Nein, Tür zu! Nein, geh weg. Was gab's damals noch? Hallo, halloi. Stuntman? Nein, nein. Das war zu gefährlich. Oh, was war das denn jetzt? Einer hat grad besoffen. Ich hasse sie beide. Geh weg. Okay, in der Dete war's nicht shit. Early Boy. Dann könnte ja mal jeder aus einer Distanz runterspringen, die nicht tödlich ist. Was machst du hier, Katze? Ich hab den Müll raus. Katze, machst du hier. Ich glaube, Katze ist böse. Weil ich den Müll für die Tür lege. Kunan, ich glaube, das kann bei dir auch so nicht sein. Also unter dem Haus oder so. Es war im Bauhaus über mir drin. Ja, 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 ja. Also in dem Moment, du hast gesagt, das war ich nach oben gerade. Early, du musst das noch ein bisschen lernen. Hä? Was hast du denn? Ja, aber was hast du getrunken? Ja, ist ja nicht schlimm. Sag doch einfach. Böse Katze. Böse Katze. Böse Katze. Early, du bist ja nicht so groß. Böse Katze. Vorsichtig. Nicht. Böse Katze. Oha, böse Katze. Bullet hier auf dieser Met, das war ein großer Fehler. Bullet? Ja. Vor allem, wenn man da oben rumläuft. Ja, Bullet ist hier nicht so. Moment, kann ich den Lift hoch springen, wenn ich cool bin? Ich kann ja die Wand wechseln. Ja, eigentlich schon. Du, äh, gesprekst zu der Abwanderwand. Alter. El, mister Payno. Hey, der hat sich jemand umgebracht. Wie hin? Kondran hat er Bad geschickt. Was? Kondran ist gerade runtergefallen. Der stand noch Kondran. Okay, Kondran ist nicht gestorben dadurch, aber. Kondran kann auch, glaube ich, nicht durch Falsch anstimmen. Kann auch nicht durch Falsch anstimmen. Das ist vollkommen nicht. Aber er hätte ihn ja eigentlich umbringen können. Ja, deswegen habe ich auch gerade überlegt, ob ich auf ihn schieße, aber. Disco. Oh, du sagst. Mann, jetzt kommt man noch nicht mehr raus wegen dir. Die ganze Scheiße hier. Man kommt raus. Die ganze Scheiße. Wenn man schafft, einen Fuß voreinander zu setzen und nicht zu laufen wie ein Hund. Ich bin kein Hund, du bist ein Hund. Ja, dann lauf mich wie ein Hund. Sei nicht so blöd. Was hattest du denn in der Hand, Payne? Sort of. Ne, ne, das kurzzeitig. Äh, der sieht durch den Scheißdreck an, ja. Ah, Baloui schießt doch nicht. Hey Max, Early Boy. Baloui, Baloui, Baloui. Early Boy, Early Boy ist es. Ich hab Baloui umgebracht. Ja, da ist ein Superschieb runtergefallen von Blauli. Ja, er hat auch nicht geschossen, als sie in Norasest gekriegt. Ja, ich weiß. Ja, warte. Okay, das hat er gesagt, ja. Der Superschaf ist vielleicht hier. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Der hat ne USPS. Niemals Refrag. Niemals zweimal peaken an der gleichen Stelle. Meine Traitor VSS. Mein Superschaf. Komm dran, kommt mal bitte hier, ob der noch Punkt hat. Weeeee! Nicht ein Schuss mit der Traitor Waffe. Äh, wer ist es noch? Der wurde gecallt? Also, ich habe Baloui erschossen. Correct. Hat er. Julie, lebst du noch? Das wurde auch von Baloui initiiert. Maru liebst? Hat geschrien, dass sie runtergefallen ist von irgendjemanden. Okay, das... Aber oben waren nicht so viele. Äh, Maru? Du hast schon das nächste Mal gekillt. Also, von dem her... Bist am Fate gestorben, Maxi? Ja. Ah, okay. Letzte Runde. Ich habe nur gesehen, wie dein Name einfach verschwunden. Man, diese scheiß Waffe, ey. Die zerwopft gar nicht One Piece Games. Ja, weiß ich auch nicht. Mit dem Newton-Luncher... Du hast getrunken, Early, oder? Ich dachte, sie ist am Chaos gestorben. Ja. Was ich auch gerade von alleine kam. Wer hat gesoffen? Ich habe gesoffen. Na klar hast du gesoffen. War ich in dem Moment woanders? Es ändert nicht, wo du in dem Moment bist, sondern wo du warst als du getrunken hast. Ja, trotzdem wurde ich halt in dem Moment verdächtigt. Nein, du wurdest nicht verdächtigt. Überführt ist immer das Wort, was du suchst. Ja, komm. Ja, komm. Überführt. Ja, da, lauf woanders. Ich bin Float. Das war eigentlich ein Hör. Ja, das war ich nicht. Ich glaube, der hat nur das Tod. Nee, ich bin Float. Ich habe gerade noch... Der Float. Du warst ja als Float. Aber du hast ja keinen Fallschaden. Ich wollte gerade sagen, du hast ja eh keinen Fallschaden, oder? Du bist... Nee, das war auch schon aus, die Wildschaden müssen. Ja, du hast ja auch schon aus, die Wildschaden müssen. Weil... Du hast ja auch schon aus, die Wildschaden müssen. Oh Gott, holy shit, wer hat den Aktenkrank hier untergeworfen? Das wär ein geiler Krieg gewesen. Entschuldigung. Da hab ich mich erschrocken. Direkt auf die Nase. Kommt noch einer. Wieder kommt noch einer. Akten-Schrank. Äh, Dalu, 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 Dalu ist im Abschluss freigegeben. Hä, das war Baloui, der stand genau hinter dir. Baloui stand genau hinter dir. Ihr macht nen Fehler, du machst nen Fehler. Ja, ich hab noch 28er Fail. Wenn jetzt, wenn alle auf mich schießen... Oh, da kommt nen Baloui angeflogen. Hä, ich bin... Ja, nicht du. Eine Baloui kam angeflogen. Das ist verwirrend, merkste? Ja, da kann ich ja nix für. Wenn du auch Baloui heißt, kann ich da auch nichts für. Wenn du auch Baloui heißt. Ist irgendein Inno Nebula... Nope. Mein Kristall ist kaputtgekommen. Äh, ich werd jetzt gleich von dem Dete gekillt. Ich brauch Hilfe von den richtigen Innos. Hier wird gesöffelt. Ey, hör auf mal den Müll da rauszuwerfen. Was? Was hast du hier den Müll da rauszuwerfen? Kann keiner Inno mir helfen? Will mich nen Trader in seinem Team haben? In Jakarta oder so? Ich wechsle gerne die rein, weil... Ich hab ja kein Team. Nein, ich bin Inno, aber die Tete... Äh, die Detes kehlen mich. Die Detes. Hallo Katze. Hallo Blauli. Kein Sidekick? Nein. Der muss fast stillhalten. Echt, Juli? Ich krieg auch keinen Fall. Wär nice. Was bist du denn, Blauli? Zwift. Äh, ja, kriegst kein Fallscher an. Oh, keine Exklusionsschuhe an. Du hast nur den Sound gehabt. Ja, ja, du musstest die abrollen. Ey, schieß nicht auf... Was ist... Fiz? Namen. Namen. Wenn Items schießt, nicht zurück. Er ist nur Agro. Das heißt, Items ist... Ich hab zurückgeschossen. Nur so, by the way. Ja, aber du hast erst gezögert. Ich kann ihm auch nen Header drücken, wenn du willst. Ja, drück ihm mal nen Header. Was das? Okay, mal hier. Und drück Early bitte auch ein, damit wir uns fair duellieren können. Weil ich kann den Early nicht abschießen. Early ist gut. Jawoll! Ganz kurz, ich hab Early... Ich hab Balui grad nen Header gedrückt. Du hast es weiß. War bestimmt geplant. Was war das zu tun? Zieht das aus RdM? Moment. Sei was Böses. Nein! Ich will nicht damit leben! Hast du dich auch getötet? Oh! Ey, Darlow hat doch von mir auf mich geschossen! Das war Balui, der stand genau hinter dir. War ich nicht! Na klar, ihr habt's alle gesehen! Ja, das war ich! Bis zum nächsten Mal, mach's gut! Tschüss! Ciao! Tschüss! Och! Tschüss! pet!